Guten Tag, mein Name ist Jennifer Jack Rodney. Ich bin Familienhebamme in Mülheim an der Ruhr. Familienhebamme begleiten werdende Eltern und junge Familien bis zum ersten Lebensjahr des Kindes. Wichtig ist, dass wenn Sie mit dem Kind sprechen oder singen, dass Sie diesen Blickkontakt haben. Dabei fühlt sich das Kind sicher und vertraut. Und wichtig ist, dass Sie mit Ihrem Kind in Ihrer Muttersprache singen. Baba, black sheep, have you any wool? Yes, sir, yes, sir, three bags full. Guten Morgen, mein Schatz. Hast du gut geschlafen? Ja, du hast super geschlafen, ne? Ja, du lächelst schon. Du hast ganz schön geschlafen. Sehr schön. Wichtig dabei ist, wenn Sie das Kind hochnehmen, dass der Kopf gestützt wird, dass das Kind in den Armen sozusagen fällt, in einer Art Shaping-Modus. Weil dabei ist das Kind sicher und das Kind fühlt sich auch sicher in den Armen von Mama oder Papa. Ich habe einen kleinen Eindruck bekommen, wie wir Sie unterstützen können. Wir würden uns sehr freuen, Sie zu unterstützen und weiter zu begleiten, weil für einen guten Start ins Leben sind wir für Sie da. Ich habe einen kleinen Hut. Und dem man nicht mehr lässt, dass das Kind am Morgen bist. Denn auch wenn du gut zu werden, wie man sie ist, sind wir, nicht mehr Sammelschatz, dass der Kopf gestützt wird. Mit dem der Kopf ist, wenn der Kopf gestützt wird, dass der Kopf gestützt wird. Und das Kind ist ein guter, dass der Kopf gestützt wird. Und das Mit der Kopf gestützt wird, dass der Kopf gestützt wird, wenn SieAnschatz vermindern, was man sagt, wenn man das auf das Gefühl hat, war es um ein bisschen mehr. Untertitelung des ZDF, 2020